Servus zusammen, ich bin der Markus von Kestle und wir sprechen heute ein bisschen über die XP20 Serie. Ich halte hier den XP20 Skate in der Hand. Das ist mittlerweile die zweite Auflage. Der XP20 sagen wir liebevoll ist für jeden Allrounder, der keine großen Ambitionen auf Wettkampf orientiertes Laufen hat. Für lange entspannte Touren der ideale Ski. Verbaut ist im XP20 ein Wabenkern. Wir arbeiten bei Kestle in allen Langlauf-Ski mit Holzkernen. Auch den XP20 haben wir mit unserem Race-Sticker versehen. Kestle typisch auch XP20 mit dem Holotec versehen. Wir sparen uns auch hier einen gewissen Anteil an Material in der Spitze. Unser Mittelklasse Modell ist sehr sehr drehfreudig. Den XP20 gibt es im Erwachsenenbereich in drei verschiedenen Modellen. Skating, Klassik Wachsski und Klassik Skinski. Skinski ist mittlerweile das Nonplusultra. Wenn ich die Bindung weiter nach hinten setze, habe ich ein bisschen weniger Steigeigenschaften. Wenn ich die Bindung weiter nach vorne schiebe, habe ich ein bisschen mehr Gleiteigenschaften. Auch die Kinder haben wir natürlich nicht vergessen. Bei uns ist der XP20 das Mittelklasse Modell auch für die Kinder. In zwei Variationen Skating und Klassik Skin. Falls ihr mehr zu den XP20 Modellen wissen möchtet, schaut einfach auf www.kestle.com vorbei. Da findet ihr alles was ihr wissen müsst. Und wenn ich ein bisschen mehr mache. Da füße ich was. Was machen wir das nicht? Ja, das ist das schon eine Berührung von Klassik.